Das ist Jan Fiene von der LG Olympia Dortmund auf der Bahn 2, Stefan Estelmann von TV Nussdorf auf Bahn 3, Robert Hint vom SCC Berlin auf der Bahn 4, auf der Bahn 5 Andreas Kammerwaffer von der LG Neuenbahn Freistadt, auf Bahn 6 Matthias Sommer von der LG Schwerte. Das sind die Läufer dritter Vorlauf der Junior und wir suchen die Finalisten über 200 Meter. Zwei Meter, der dritte Vorlauf ist unterwegs. Auf der Bahn 3, Stefan Estelmann und auf der Bahn 2, Sebastian Fiene. Sebastian Fiene, der Dortmunder, der gelingt in diesem Lauf 21,70 Sekunden. Und von diesem Lauf ganz kurz nachgetragen die Ergebnisse. Auf der Anzeigentafel des zweiten Laufs Christian Rast, der 100 Meter Sieger von gestern. Jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020